Und weiter geht's mit Bitcoin Billionaire, wir klickern gleich mal ein bisschen und holen uns ein bisschen Kohle, sehr schön, das läuft auf jeden Fall, jetzt werden wir erstmal wieder ein bisschen was investieren, da gucken wir auf jeden Fall in was wir investieren, ah ich würde sagen wir sparen noch ein bisschen und holen dann hier gleich was drauf, würde ich mal so sagen, wir könnten aber auch mal gucken was hier für Upgrades für 74 Mille, ja da gehen wir auf jeden Fall nochmal zurück und investieren jetzt erstmal hier drin, so so dann gehen wir hier wieder raus, so weit raus wollte ich nicht gehen und dann klickern wir gleich mal ein bisschen weiter, machen gleich mal die Kiste auf und checken ab was hier so drin ist, jo haben wir auch gleich wieder ein bisschen Schotter bekommen, sehr schön, das läuft auf jeden Fall, so dann öffnen wir das hier und gucken, alter da war richtig gut Schotter drin, können wir auch gleich weitermachen, öffnen den Karton hier und gucken da mal, alter, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder gut Kohle gescheffelt in kürzester Zeit, das läuft auf jeden Fall sehr gut für uns gerade, so hier oben seht ihr wie viel wir pro Sekunde machen, ist auf jeden Fall gut viel für Nick, hat sich auf jeden Fall schon gesteigert im Gegensatz zu davor, alter jetzt haben wir gleich die 100 erreicht, das ist sehr schön, da haben wir sie gleich, da ist er am Start, geil, 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 jetzt könnten wir hier nochmal ruf jen jen erstmal auf Upgrades und machen hier ein Upgrade, dann schließen wir das, gucken mal hier im Casino, machen wir so ein Freespin, ich bin gespannt was bei rauskommt, oh geile Sache, dann gehen wir hier raus, dann sagen wir hier, das nehmen wir ein, sehr schön, dann nehmen wir auf investieren, kicken wir wie viel wir haben, dann könnten wir hier die 70 gleich mal investieren, gehen hier raus, schließen das und fangen an zu klicken, oh, so, das läuft auf jeden Fall sehr gut für uns, jetzt machen wir richtig Schotter, ihr seht ja da oben wieder den Durchschnitt pro Sekunde, also das haut auf jeden Fall schon richtig gut hin, das sammeln wir auch gleich wieder ein, dann öffnen wir das hier, yo, oh no, und weiter geht's, dann öffnen wir die Kiste hier gleich nochmal, beziehungsweise den Karton, oh, da haben wir auch wieder gleich zugeschlagen, sehr schön, jetzt haben wir auch gleich wieder unsere 100 voll, da würde ich sagen, checken wir gleich mal ab, was wir mit denen noch so machen können, gehen auf investieren, nee, wir gehen auf upgrade, ah, 162, da müssen wir auf jeden Fall noch sparen, dann klicken wir gleich mal ein bisschen weiter, weil die 162 haben wir oberhalb voll, von daher haut das schon hin, das ist hier Bitcoin Billionaire, wer es noch nicht kennt, coole App auf jeden Fall, macht irgendwie Laune und irgendwie ist es doch der perfekte Zeitvertreib, jetzt klicken wir hier gleich nochmal drauf und checken, was da drin ist, geile Sache, jetzt können wir gleich wieder ein Upgrade machen für 162, sehr schön, go, dann hauen wir hier einen Hund hin, den haben wir jetzt auch freigeschalten, geile Sache, auf jeden Fall, was haben wir da, da haben wir was, jetzt gehen wir hier auf cancel und machen einfach mal weiter, alter, jetzt haben wir auch wieder gut coole gemacht, so, dann haben wir unsere 100 Mille gleich wieder voll, wird jetzt auf jeden Fall immer schneller, los, 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 wir brauchen Schotter, um was andere geht das hier nicht, wisst ihr ja, öffnen wir das hier auch gleich nochmal, alter, da haben wir hier auch gleich nochmal zugeschlagen, jetzt würde ich sagen, investieren wir erstmal wieder, ich würde sagen, wir gucken einfach mal in was wir investieren können, yo, investieren wir hier drin, jetzt brauchen wir noch 115, da gehen wir gleich nochmal raus, klicken hier weiter und dann können wir auch gleich nochmal investieren, so, öffnen wir das hier einfach mal, die 115 haben wir auch am Start, sehr schön, dann können wir hier gleich nochmal investieren, klicken hier drauf und sagen investieren, gehen hier wieder raus, gucken hier, das nehmen wir einfach mal mit, sehr schön, dann gehen wir hier raus und klicken dann wieder weiter, so, das läuft auf jeden Fall, wir machen Kohle ohne Ende, zack, öffnen wir hier gleich nochmal, holen wir nochmal 5,66 Millionen, jetzt haben wir gleich die 200 Millionen, Marke geknackt und können wir gleich nochmal gucken, in was wir investieren können, aber erst mal mache ich die 200 Millionen voll, die haben wir gleich, yo, die haben wir, jetzt öffnen wir das hier erstmal, gucken, was da drin ist, yo, da ist auch nochmal ein bisschen Schotter drin, sehr schön, jetzt gehen wir nochmal auf Upgrades gucken, was das kostet, oh, 344, das ist ja schon teuer, dann gehen wir nochmal auf investieren und investieren, ich würde sagen, die 145 hier, dann können wir hier nämlich nochmal raus sehen, hier können wir nochmal rausklicken, yeah, und dann geht's auch schon weiter, was haben wir hier, okay, zack, dann öffnen wir die Kiste gleich nochmal, alter, da haben wir auch nochmal zugeschlagen, die 200er Marke haben wir wieder am Start, das geht auf jeden Fall Ratzfatz jetzt zur Zeit, ist auf jeden Fall sehr geil, ich weiß ja nicht, wer von euch die App spielt, also ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr meinen Charakter hier unten findet, den habe ich ja ganz lässig angezogen, finde ich, was ist da, da gehen wir auf Start und dann geht's auch schon los, jetzt machen wir richtig Kohle, seht ihr das hier, wie das abgeht, wir haben noch 13 Sekunden und da hoffe ich, knüppeln wir richtig los aus und machen richtig Schotter, ah, sieht sehr gut aus, die 400 Millionen haben wir gleich, sehr schön, das geht richtig abgerade, unser Hund, der checkt da unten die Lage, gut, dann gehen wir hier nochmal rauf und öffnen die Kiste, das haben wir auch gemacht, dann investieren wir, oh ne, wir machen erstmal ein Upgrade, so, dann haben wir das Upgrade gemacht, dann könnten wir die 155 nochmal nehmen, naja, für warten, da würde ich sagen, investieren wir hier drin, bis die Kohle alle ist, yo, so ist es, dann können wir hier nochmal rausgehen, hier raufgehen und zack, jetzt sind wir erstmal fertig, gut, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, ich zeige euch dann, wie es weitergeht, oh, dann geht es gleich nochmal los, können wir gleich nochmal klickern, dann machen wir das auch nochmal, sonst hätte ich gesagt, beenden wir das Video, aber das passt gerade nicht so gut, deswegen machen wir jetzt erstmal Schotter, das ist natürlich sinnvoller, jetzt hier, das nehme ich richtig ab, 4 Sekunden jetzt nur, 3, 2, 1, gleich ist es vorbei, aber wir haben auf jeden Fall wieder gut Kohle gemacht, jetzt öffnen wir das hier erstmal, ah, ein Video gucken, nee, das wollen wir nicht, gut, wie ihr sagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ich wünsche euch mal, bis Tänzen, ciao! Ciao!